So, hallo und herzlich willkommen zum nunmehr vierten Review-Haul auf meinem Kanal. Ich melde mich nach einer kleinen Pause wieder zurück. Es hat sich auch wieder ein bisschen was angesammelt. Ich kann jetzt nicht alle Filme unterkriegen, aber ich möchte mich doch auf ein paar beschränken, die ich euch vorstellen will. Wir legen uns mit Alfred Hitchcock's Bellbound. Von 1945, schon damals, zeigte der Master of Suspense, dass er es drauf hat. Mit einer unwiderstehlichen Ingrid Bergmann und einem Gregory Peck, für den man ja fast schwul werden könnte. Wahnsinn, was der für eine Ausstrahlung, für einen Charisma hat. Und ja, tolles Filmplakat hier übrigens. Und ja, der Film ist wirklich top. Hitchcock at its best. Man hat so eine Art Traumsequenz auch drin, die unglaublich künstlerisch toll gemacht ist. Und auch sonst hat man natürlich durchgehend Spannung. Es geht darum, dass der Hauptcharakter, also Gregory Peck, sein Gedächtnis verloren hat. Und ich weiß, ob er jemanden umgebracht hat oder ob er eine falsche Identität angenommen hat. Und es wird eben auch sehr, sehr psychologisch, dadurch, dass Ingrid Bergmann eine Psychoanalytikerin verkörpert. Und ja, beide sind dann quasi auf der Flucht vor der Polizei, die Gregory Pecks Charakter eben des Mordes verdächtigt. Und Ingrid Bergmanns Charakter will quasi seine Unschuld beweisen, indem sie ja in seinem Bewusstsein gewissermaßen eindringt und dann auch Träume deutet und so weiter. Also ganz toll gemacht. Sehr, sehr spannend bis zum Schluss mit einer tollen Auflösung auch. Und ja, für Hobbypsychologen absolutes Pflichtprogramm auch. Sigmund Freud etc. PP kommen hier auch zur Sprache. Große Klasse. 8 von 10 Punkten. Toller Hitchcock. Dann habe ich mir angeschaut, The Abyss. Endlich mal nachgeholt von James Cameron, dem Regisseur von natürlich Titanic oder Avatar. Ja, The Abyss. Ich fand den irgendwie ziemlich langweilig, muss ich sagen. Er ist von den Effekten und von dem Aufwand, der gemacht wurde, ja, ist der Film Weltklasse. Da müssen wir nicht drüber reden. Das ist irre, was die da am Aufwand betrieben haben. Die ganzen Setpieces und so und dann die ganzen Unterwasserszenen, die so unglaublich echt wirken, dass man sich halt echt fragt, okay, mussten die da jetzt wirklich mal 60 Sekunden die Luft anhalten? Also das ist richtig geil gemacht. Der Film ist auch klasse restauriert. Ich will das nur kurz erwähnen. Ich habe den über Netflix gestreamt. Der gibt es aktuell bei Netflix in einer schönen, also in einer richtig tollen HD-Fassung. Denn es ist wohl so, dass in Deutschland nur eine DVD-Fassung bislang existiert, die aber ein richtig schlechtes Master hat. Also es muss grottig aussehen. Und Netflix scheint sich jetzt hier quasi die Rechte der amerikanischen Blu-ray gesichert zu haben. Und hat dann quasi die, unter anderem auch eben die deutsche Tonspur drüber gelegt. Das ist etwas, was ich an Netflix ziemlich feiere, dass die immer schauen, dass sie das bestmögliche Bildmaterial kriegen. Wenn ich das jetzt mit Amazon Prime Video vergleiche, entweder hast du Filme, wo die Amazon gar nicht erst einzieht, die Blu-ray-Variante zum Stream anzubieten, sondern nur eine publische SD-Variante. Oder aber, wenn es eine HD-Variante gibt, nehmen sie die schlechtere, obwohl es noch eine 4K-gemasterte Variante gibt, beispielsweise. Bei Netflix kriegst du halt echt immer die beste. Und, ja, das Bild war jetzt bombig. Ich nehme mal an, dass es vom amerikanischen Blu-ray-Master, ja, dass der Star-Pathisch stand. Und es sieht wirklich richtig toll aus. Ändert für mich halt nichts am Film, dass ich mich doch ziemlich gelangweilt habe. Die Charaktere sind einfach sehr klischeehaft. James Cameron scheint allgemein irgendwie, da hat es anscheinend so ein bisschen angefangen, sehr, sehr klischeehafte Charaktere in seine Filme einzupflegen. Wobei, was heißt, hat es angefangen in Alien 2, hat man das ja auch schon so. Er will halt schon ziemlich ein Mainstream-Publikum bedienen. Ja, also man weiß eigentlich relativ schnell, was die Charaktere, was das für Typen sind, weil die eben so eine klischeehafte Eigenschaft haben. Ja, der, der Sprüche klopft, dann die Kampflesbe etc. pp. Also, naja. Und man kann eben sehen, dass aus diesem Film dann eben Titanic, äh, also, oder das viel für Titanic hier gelernt wurde. Speziell eben die Unterwasserszenen. Aber auch für seinen Film Sanctum, den er nach Avatar gemacht hat. Übrigens 3D-Referenz Sanctum, der Film, da geht es um so Höhlentauchereien. Auch sehr viel mit Wasserszenen, richtig geil. Und da aber auch echt spannend. Das hat mir hier so ein bisschen gefehlt. Gefehlt, ähm, ja, und aber auch für Avatar, äh, man muss sich ja hier nur bei The Abyss, die, ja, Alienwesen, sag ich jetzt mal, anschauen, die Farben. Das ist wie der Avatar-Planet eigentlich. Und, ähm, von daher ist es ganz interessant als Studie, sag ich mal, den Film zu sehen, was Cameron da sich selber rausgezogen hat, weil die Abyss war wohl ein ziemlicher Flop an den Kinokassen. Ähm, ja, Ed Harris als Hauptcharakter. Zu dem komme ich auch nochmal später in einem anderen Review, die ich da noch mache. Äh, ja, ist hier auch schon top, finde ich. Ähm, ich habe gelesen, dass er fast ersoffen wäre bei den Dreharbeiten. Und, ähm, deswegen umso interessanter. Dass es, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, dass es dann eben so gut geworden ist. Also sein Schauspiel trotz allem. Und dass ich hoffe, dass er keine dauerhafte Wasser, ja, kein Wassertrauma hat, sag ich jetzt mal. Ähm, genau. Ja, war okay, 6 von 10 Punkten, aber ich habe echt mir mehr erwartet, was Spannenderes. Es war mir irgendwie zu, ja, zu langweilig einfach. Dann Prince of Darkness oder auch die Mächte des Wahnsinns von John Carpenter. Äh, den Klassiker auch endlich mal nachgeholt. Toller Apokalypse-Film. Der Soundtrack einfach Bombe. Ist immer wieder geil, wie John Carpenter seine Soundtrack selber schreibt für seine Filme. Und die sind dann alle so catchy und so richtig schön, Synthesize, 80s-Style, richtig, richtig gut. Ähm, der Film selber, ja, sehr spannend. Ähm, ähm, ja. Ähm, vom Horror her, ich sag mal, diese alten Horror-Filme, die hatten halt noch, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, die haben so einen gewissen Charme. Sodass man nicht ständig, äh, sich erschrickt. Sondern, ähm, eher sagt, okay, ja, das ist ein cooler Effekt. Oder, okay, nice. Aber man zuckt jetzt nicht so mega hoch, finde ich. Äh, liegt aber auch daran, hast du die alten Filme halt nicht so mit diesen Jumpscares gearbeitet hab, was ich aber sogar deutlich angenehmer find. Und so oder so, ein cooler Film, auch mit so einer leicht pseudowissenschaftlichen Note, dass man so denkt, okay, hört sich eigentlich alles ganz plausibel an. Ist natürlich, äh, trotzdem noch Fantasy, ganz klar. Und, ähm, ja, 7 von 10 Punkten hat viel Spaß gemacht, hat mich nicht gelangweilt. Und John Carpenter hat's einfach drauf, toller Regisseur. Dann, meine Enttäuschung des bisherigen Jahres, The Shape of Water. Oscar Bait, der übelsten Sorte. Ey, was hat sich Gilehrmutter del Toro dabei gedacht? Da hat er auf jeden Fall deutliche Sympathiepunkte verspielt. Das war unter aller Sau, dieser Film. Ähm, boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die Charaktere sind so dermaßen eindimensional und billig. Dann, ähm, der Film ist voller Logiklücken und Plotkonvention. Conveniencies, also, ähm, das ist alles so dermaßen durchkonstruiert, Wahnsinn. Ähm, dann teilweise wird Zophilie angepriesen. Sprich, äh, äh, ja, sexuelle Aktivität mit nichtmenschlichen Wesen. Kleiner Spoiler, ja, und, ähm, ja, auch sonst alles sehr schwarz-weiß. Und es wird alles unter dem Denkmantel des Märchens getarnt. Und so ein Schrott räumt vier Oscars ab und ist noch für viel mehr nominiert gewesen. Sehr, sehr enttäuschend. Und es zeigt einmal mehr, dass die Oscars tot sind. Und, ähm, ja, es war im Grunde wie Die Schöne und das Biest. Nur in deutlich schlechter nochmal. Und, ähm, ja, einfach billig und sehr, sehr schade. Gelehrmutter Toro, dass du so einen Scheiß abziehst. Ich muss es so sagen. Ähm, wenn man das jetzt mit Pans Labyrinth vergleicht, ja, würde man nicht denken, dass es vom selben Regisseur ist, wenn man diesen Film gesehen hat. Dann The Shape of Water, eine absolute Enttäuschung. Nicht anschauen. Dann kommen wir zu Home Again. Ein absoluter Schrottfilm mit Reese Witherspoon. Ich habe mir den Film angeschaut, weil ich von Reese Witherspoon in, äh, Big Lies total begeistert war in dieser Miniserie mit Nicole Kidman, ähm, und noch, ähm, diese einen anderen Schauspielerin, womit der Name jetzt gerade nicht einfallen will. Und hier spielt sie eben auch eine Muttern. Und ich fand Reese Witherspoon da echt klasse. Und dann dachte ich, okay, vielleicht geht hier ja auch was. Ähm, aber der Film macht so ziemlich alles schlecht, was, äh, Ami Kitsch nur schlecht machen kann. Boah, die Schauspieler, grauernhaft. Die Story ist so dumm und billig und alles ist so, so, so kitschig, so einfach Schrott, ja, ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen, weil es so billig ist, so Pseudo-feel-good. Wir haben uns alle lieb, Schrott. Braucht kein Mensch. Und schade, dass ich Reese Witherspoon für sowas hergegeben hat. Eine absolute Enttäuschung. Und, ja, die zwei Stunden meiner Lebenszeit bekomme ich nie mehr. Den werde ich noch lange nachtrauen. Das waren dann zwei von zehn Punkte von mir für Home Again. Dasselbe gilt für Rudolf und die schwarze Katze. Ähm, mir hatte das eine bekannte empfohlen, den Film. Aber, ähm, auch absoluter Schrott. Äh, die Story ist, oh Gott, die ist billiger als billig. Die passt auf eine, auf Klopapier passt das, ja, auf ein, 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 einlagiges. Und, ähm, ja, auch die Animationen sind nicht schlecht, aber halt auch weit entfernt von jetzt, ähm, ja, Disney, äh, oder Pixar-Filmen. Und, ähm, ja, absolut enttäuschend. Ich habe es über einmal zum Prime-Video geguckt. Da war es eben inklusive. Da gab es leider keine japanische Tonspur. Das heißt, ich musste auf Deutsch gucken. Und, ähm, Rudolf, der Kater, ist völlig falsch besetzt. Das ist mit dieser mega nervigen Quietschstimme, die diese eine Synchronsprecherin da hat. Die ist echt nicht auszuhalten. Und passt auch nicht zu dem Kater, weil der Kater ja männlich ist. Ja, und dann haben sie es mit einer Frau besetzt. Ähm, boah, grauenhaft. Totaler Schrott. Deswegen kann man nur sagen, Japan, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Macht nicht so einen CGI-Gedöns, sondern bleib bei dem Gezeichneten. Und, ähm, aber gut, hier lag es ja jetzt noch nicht mehr am CGI, sondern einfach an dieser absolut billigen Story. Völlig langweilig, ohne Spannung. Oder große Tiefe. Bah, auch hier absolut verschwendete Lebenszeit. So, damit möchte ich das Video beenden. Auch wenn es eher auf so einer, ähm, bitteren, ähm, Hate-Speech-Welle endet. Ich denke aber, ich werde jetzt gleich noch ein, ähm, Review-Haul dranhängen, äh, damit wir auch noch ein bisschen positiver bleiben können. Wer bis hierhin durchgehalten hat, ich hoffe, ich konnte euch einige abschreckende Beispiele nennen, und konnte euch so etwas Lebenszeit ersparen. Ansonsten, wenn ihr euch das Ganze antun wollt, und mitleiden wollt mit mir, seid willkommen. In diesem Sinne, danke fürs Anschauen, und Servus. Also, Vielen Dank.